Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 7. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 896 und heute habe ich die folgenden Themen. Neue Logos, Drittanbieter High Speed, Backcom und Fritz OS 7.21. Ich entschuldige mich nochmals, wie schon via Twitter passiert, für die nicht ausgetragene gestrige Folge. Nach dem fast 22-Stunden-Tag konnte ich einfach nicht mehr geradeaus ins Mikrofon sprechen und das wollte ich euch nicht antun. Aber heute geht es weiter mit, ich hätte fast gesagt, neue Legos, aber fast so bunt. Und nämlich Google hat neue Logos bekommen. Mit dem Produkt Workspace hat Google die wahrscheinlich klassische G-Suite beerdigt. Und nein, keine Angst, es kommt nicht ein neues Social Network oder sonst was. Es sind wie gesagt einfach neue Logos. Und zwar hat Mail, Google Drive oder eben nur noch Drive, Calendar und Meet ein neues Logo erhalten. Was ich vermissen werde, ist sicherlich das alte M auf dem Briefumschlag, denn ja, das ist so was, wahrscheinlich das Beständigste in den letzten 16 Jahren bei Google gewesen, irgendwie. Ziemlich bunt das Ganze, mag einem gefallen oder nicht. Ich denke, man gewöhnt sich wie überall ziemlich schnell daran. Aber da Google so fleissig seine Logos und Dienste und weiss ich nicht, was alles ändert, könnte das auch zu Verwirrung führen. Dann habe ich doch noch heute Mühe, mir die Google Maps, also das aktuelle Google Maps Logo zu merken und es immer wieder zu finden. Weiter geht es mit einem Apple-Thema. Und zwar ist so passiert, dass Apple anscheinend die Lautsprecher und Kopfhörer von Drittanbietern aus den Stores genommen hat. Das hat unter anderem bei Logitech zum Beispiel, die eben darunter gefallen von den Produkten, die rausgefallen sind, zu Kurseinbrüchen an der Börse geführt. Die Gerüchteküche ist natürlich jetzt am Brodeln und man munkelt, dass Apple jetzt endlich den Over-Ear-Kopfhörer rausbringt, dass sie neue Homepods rausbringen, weil eben auch Speaker wie Sonos, Bose und auch die Logitech-Boxen aus dem Sortiment gefallen sind. Wir dürfen gespannt sein und dürfen abwarten, vielleicht nicht allzu lange, denn Apple hat angekündigt, am 13. Oktober, das ist der nächste Dienstag, wird abends um 19 Uhr ein neues Event stattfinden, das auf dem Namen High, Speed hört. Man munkelt auch da wieder, ist ja wie immer nichts bestätigt, aber es sollen die neuen iPhones sein und wahrscheinlich auch die neuen Mac, die auf Apple-eigenen Silicon-Prozessor aufgebaut sind. Dann wird auch gemunkelt, dass wir neben eben diesen vier iPhones und auch sonst ein paar eben Hardware aus dem Mac-Bereich auch vielleicht die neue Setup-Box von Apple TV sehen werden und eventuell auch die schon länger im Gerüchtefeld herumschwirrenden Apple, wie heissen die Tracking-Dinge nochmals? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, die könnten wir alle sehen. Nächsten Dienstag sind wir schlauer. Der Achim wird da euch sicherlich auf dem Laufen halten. Dann gab es unschöne Neuigkeiten und ich habe mich schon gewundert, weshalb es so ruhig geworden ist, um das BACOM für alle deutschen und österreichischen Hörern. Das BACOM ist das Schweizerische Bundesamt für Kommunikation und das twitterte unter anderem in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch auf jeweils einem einzelnen Twitter-Account über aktuelle Geschehnisse, unter anderem logischerweise zum Bereich Covid etc. und die Accounts, die vier eben genannten in den vier Landessprachen, also gut, Englisch, retoromanisch ist es ja die vierte Landessprache, aber ihr wisst, was ich meine, die wurden gesperrt von Twitter und anscheinend hat das BACOM bis und mit jetzt noch keine Rückmeldung von Twitter erhalten. Sehr, sehr, sehr unschön und speziell. Aber ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Ein kleines Update gab es auch und ich glaube, war das letzte oder diese Woche, wo ich euch vom Fritz OS Update auf die Version 7.2.1 für die 7590 berichtet habe. Das ist ja mein Heim-Router. Und jetzt hat auch mein Büro-Router die 6890 Fritzbox, die mit der LTE oder mit den beiden LTE-Antennen ein Upgrade erhalten, ein Update auf die Version 7.2.1 des Fritz OS. Wer nicht weiss, was da alles drin ist, kann das nachlesen. Für alle anderen, die interessiert es sowieso nicht, denke ich doch mal, dann müsst ihr gar nicht da reinklicken, aber vielleicht in eines der anderen Artikel, über den ich heute kurz gesprochen habe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was mitnehmen können. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.